Der Sommer heizt uns mittlerweile kräftig ein, doch bevor wir eine Hitzepause einlegen, haben wir nochmal einen Gesprächspartner in unser Studio in die Wirtschaftskammer eingeladen. Heute dreht sich wieder alles um das Thema Lehre und Ausbildung. Wie in den letzten Monaten haben wir uns dazu wieder ein besonderes Unternehmen herausgesucht, das die Ausbildung von Nachwuchskräften mit Leidenschaft betreibt und jungen Menschen auch außerhalb der Ballungsgebiete eine berufliche Zukunft bietet. Herzlich Willkommen bei uns im Wirtschaftskammer-Podcast-Studio. Wir wollen auch in diesem Monat einen Lehrbetrieb aus Kärnten vorstellen und ein wenig hinter dem Vorhang schauen. Heute begrüßen wir den Ernst Wieser von der gleichnamigen Malerei aus Hermagor. Und lieber Ernst, bitte erzähl uns doch gleich ein bisschen was über deinen Betrieb. Ja, hallo. Ich habe einen Betrieb im Geldteil seit über 30 Jahren aufgebaut, von null weg. Und ich bin in einem Alter, wo es schon dorthin geht, dass man Nachfolge braucht. Und die Nachfolge soll unter den Jugendlichen im Betrieb ausgemacht werden und ist schon im Gange. Wie viele Lehrlinge hat es bis jetzt bei euch gegeben und wie viel habt ihr derzeit? Wir haben bisher ungefähr 60 Leute ausgebildet. Erstaunlich. In welchem Zeitraum etwa? 30 Jahre. Stolz. Über 30 Jahre. Und wir haben im Schnitt zwei Lehrlinge im Jahr. Und meistens ist es auch von Anfang an halb Männlein, halb Weiblein. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so diese Unterteilung, der Malerberuf ist jetzt männlich und Kleidermacher ist weiblich, sondern das hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst. Hört sich so an. War in Männer-Situation nie der Fall. Also seit über 30 Jahren diese Richtung. Dein Unternehmen ist sehr bunt und in einer sehr kreativen Branche tätig. Als was kann man sich bei dir ausbilden lassen? Nun ja, es gibt einen Lehrberuf als Maler- und Beschädigungstechnikerin. Beinhaltet eigentlich das blanke Handwerk. Aber zugleich haben wir zwei Schienen dabei. Das ist die Visa-Art. Kreativtechnik mit Airbrush, mit verschiedensten Techniken, Lasurtechniken bis zum Computer und ein Part beinhaltet den Digitaldruck. Ist aber leider nicht möglich, weil dort gibt es keinen Lehrberuf. Okay, das heißt, es ist nur nicht definiert worden, was in diesem Lehrberuf zu lernen ist. Richtig. Aber ich glaube, es wird sogar überschätzt, diese Lehrberufe, sondern es geht viel mehr darum, was mache ich aus meinem Leben und wo gehe ich hin. Weil für mich als ein Lehrberuf, ein Start vielleicht, ja, aber ich stehe dazu, lernen sollte man von der Wiege bis zur Paare. Vor allem bei euch hat das ja auch viel damit zu tun, dass die Leute so eine gewisse Kreativität mitbringen und auch so ein gewisses Etwas mitbringen. Das kann man ja wahrscheinlich nicht lernen, oder? Gewisse Kreativität ist angeboren. Definitiv. Man kann das herausfiltern. Ist möglich. Schauen, wo das Ganze hingeht, ob man dafür geeignet ist, ob man das auch möchte. Lehrlinge sind quasi nicht erst seit heute heiß begehrt und viele Unternehmen tun sich schwer, den nachwuchsfähren Betrieb zu finden. Wie gehst du bei der Suche vor und wie stellst du dein Unternehmen bei den Lehrlingen vor? Also wenn ich von Beginn an keine Lehrlinge aufgenommen hätte, hätte ich heute keine Mitarbeiter. Der Großteil der Betriebe ist eigentlich schon ein Teil selbst schuld, dass die Möglichkeiten eingeschränkt sind, weil es ist relativ einfach zu erklären. Meine Generation ist eine geburtenstarke Generation. Jetzt sind geburtenschwache Generationen und die geburtenstarken Generationen gehen in die Pension und in die Rente. Zugleich hatten wir einen Umbruch in den 90er Jahren, wo im Prinzip sehr viele Unternehmer gesagt haben, ich bilde keine Lehrlinge mehr aus. Sie sind eine Belastung, sie kosten zu viel, weil ich bekomme Mitarbeiter genug vom ehemaligen Jugoslawienkrieg. Und zugleich jetzt in dieser Zeit, wo es schlagend worden ist, haben wir die Krisen mit Covid beziehungsweise Krieg etc. Aber dieses Thema der wenigen Mitarbeiter ist hausgemacht und das hätte man vor zehn Jahren schon sagen können, dass es so kommen wird. Das heißt, du übernimmst dann auch wahrscheinlich Lehrlinge als feste Mitarbeiter, oder? So, wie sich das anhat. So, 90 Prozent sind die eigenausgebildeten Menschen geblieben. Du engagierst dich außerdem bei Zukunft Handwerk Industrie Galtal. Was steckt hinter dieser Initiative, bei der ziemlich viele Unternehmen aus dem Galtal mitmachen? Und welche Ziele verfolgt ihr? Ja, wir haben uns ungefähr 2008 gedacht, es wäre gut, dass wir uns selbst organisieren, weil wir doch ein Tal sind mit einem Anfang und mit einem Ende und nicht so urban belastet. Und haben gesagt, ja, was können wir tun damit, wenn wir Mitarbeiter haben, dass wir uns vernetzen etc. Und in diesem Sinne haben wir das so aufgebaut, dass wir bis heute eine Lehrlingsakademie haben. Lehrlingsakademie heißt, das ist eine dritte Ausbildungsstufe, wo man praktisch die Soft Skills zeigt und lernt, wie man miteinander umgeht, wie man mit den Kunden umgeht, wie man mit den eigenen Mitarbeitern, Kollegen umgeht, wie man mit Kunden sich verhält und auch unter Lehrlingen. Und da ist es auch sehr unterschiedlich zwischen, ob das jetzt Gewerbe, Handel, Industrie ist, egal welches Lehrjahr, die müssen alle zusammenziehen an einem Strick, damit sie gemeinsam ein Ergebnis bekommen. Das ist ein Teil davon. Der andere Teil ist eine neunte Schulstufe, also eine einjährige Wirtschaftsschule auf technischer Schwerpunkt, um eben auch diese Richtung zu zeigen, damit sie danach sicher sind, dass sie einen Lehrplatz bekommen. Stößt du bei Gesprächen mit interessierten Bewerbern auch auf Vorurteile, etwa was die Arbeitszeit angeht, was die Entlohnung oder die Karrierechancen angeht? Also Thema Work-Life-Balance, ich will nur 20 Stunden in der Woche arbeiten. Nur vier Tage die Woche. Vier Tage die Woche. Gibt es das bei dir oder ist das völlig unbekannt? Ich darf das auch von einer anderen Seite beginnen. Ich beschäftige mich auch seit 30 Jahren mit den Jugendlichen und Kindern von der Schule an und immer wieder. Und ich probiere, den Jugendlichen zu erklären, weil sie müssen mit 13 Jahren sich entscheiden, ob sie Schule oder Nichtschule gehen, also eine Klassentrennung. Und wie ist die Entscheidung da zu fällen? Total schwer. Ist es auch, ja. Erstens musst du mal nachdenken, was mache ich gerne? Zweitens streiche ich alles weg, was ich nicht mag, bleibt weniger übrig. Drittens, die großen beratenden Funktionen etwas zur Seite schieben. Die sind nämlich Freundeskreis mit Schülern. Eltern. Dann kommen die Eltern und es kommen die Unterrichtenden. Es ist sehr schwierig, weil wenn man etwas gut tut oder gerne tut, dann macht man es automatisch gut. Und wenn man etwas gut tut, dann wird man erfolgreich. Und es steht nicht zuerst das Monetäre im Zielfeld und nicht, wie wenig brauche ich nur arbeiten, sondern mit was werde ich zufrieden. Das sind die Leidenschaft und die Begeisterung für das, was man tut. Authentische Begeisterung und Zufriedenheit. Zufriedenheit ist ein Thema, was man gerade diesen Eltern immer ansprechen sollte. Ist man zufrieden, wenn man 30 Kühe auf der Alm haltet oder weidet? Oder bin ich mehr zufrieden, wenn ich einen goldenen Porsche in der Garage habe und mich ärgere, weil der Nachbar eine Yacht hat? Ich glaube, Zufriedenheit ist relativ. Und der Wunsch der Eltern ist immer dort, meinen Jugendlichen soll es besser gehen wie uns. Eben, was ist besser? Besser, glaube ich, hat nicht unbedingt mit Geld und mit Einfluss und etwas Mögliches zu tun, sondern eben viel mit Zufriedenheit. Kommen denn die Eltern auch mit zu solchen Bewerbungsgesprächen, die du da hast? Und versuchen, sich da irgendwie einzumischen? Oder halten sie sich dann raus, wenn die erstmal bei dir sitzen? Ich wünsche mir immer, dass das Elternhaus dabei ist. Aber ich wünsche mir auch zugleich, dass der angehende Lehrling selbst spricht und nicht besprochen wird. Wenn sich jetzt ein Jugendlicher für eine Lehre entscheidet, das ist ja heutzutage so, dass ich mir quasi den Lehrplatz selbst aussuchen kann. Was machst du jetzt, um deinen Betrieb schmackhaft zu machen? Warum soll dieser potenzielle Lehrling genau bei dir anfangen? Es geht darum, dass wir ein sehr junges Team sind, mit meiner Ausnahme. Und das heißt, ich habe eine Gesellschaft, die sich versteht oder in gleicher Augenhöhe reden kann. Also authentisch sein und im Prinzip eine kleine Familie daraus zu machen, dass es wirklich von jedem zu jedem funktioniert. Also keine Ebenen eingebaut. Der Unterste muss nach oben schauen, der Oberste schaut nach unten. Sondern irgendwo in einer gewissen Gleichwertigkeit, erstens. Zweitens, Lehre, wo geht es hin? Ich habe ja den Vorteil, dass es bei uns kreativ ist. Kreativ heißt aber nicht nur, ich gehe dorthin und male jetzt ein paar Bildchen und das war so schön, sondern es gibt auch sehr viele Sonnenschattenseiten. So wie in jedem Beruf. Und das muss sich jeder herauspicken und das probieren wir auch authentisch zu erklären. Wichtig ist, dass man authentisch lebt und vorlebt. Und nicht das Blaue vom Himmel verspricht und dann kommt das böse Erwachen. Wir haben es jetzt gerade schon kurz angesprochen. In den Medien gibt es echt total viele Artikel, die sich mit der New Generation, der sogenannten, beschäftigen. Hat sich die Jugend generell verändert? Du machst es jetzt seit 30 Jahren. Und haben die andere Ziele und Wünsche als früher? Ich muss sagen, in ländlichen Regionen mit Familien, die funktionieren, ist das nicht das große Thema. Das große Thema sind alleinerziehende Familien, beziehungsweise alleinige Kinder, die Großeltern und Eltern haben und meistens noch eine Rechtsanwalt im Hintergrund. Dann wird es schwierig. Aber natürlich werden wir reden über diese Work-Life-Balance. Wir haben auch schon seit Jahren in der Firma lang und kurz die Woche. Funktioniert ganz gut. Das freut die Mitarbeiter. Das ist auch aus ihnen beschlossen worden und nichts aus die Tat gebracht worden. Das haben die alle zusammen. Man macht das immer gemeinsam. Genau. Und das bringt das dann. Aber ich und auch meine Mitarbeiter würden es niemals verstehen, dass wir auf eine vier Tage Generalwoche zurückgehen mit ausgleichendem Lohnersatz, weil das nicht möglich ist. Weil automatisch treiben wir unsere Inflation ins Unendliche und der Mitarbeiter zurzeit Netto-Bereich verdient sowieso viel zu wenig. Es geht ein Drittel zum Netto-Bereich und zwei Drittel gehen in den Sozialstaat. Du hast gerade vorher angesprochen, dass ihr ein relativ junges Team habt. Jetzt hat jede Generation so ihre eigene Sprache. Ich bin selber auch noch relativ jung, aber ich tue mir dann teilweise sehr schwer mit dem Vokabular heutzutage. Hast du dann quasi einen betrieblichen Übersetzer mit der neuen Sprache oder bist du da einfach hineingetaucht und dir ist klar, was jetzt gerade vermittelt werden soll, muss, kann? Eigentlich in der Kommunikation haben wir ja kein Problem, dass es funktioniert. Also wir sind ja eben im ländlichen Bereich, wir haben ja alle die Mundorte, es funktioniert. Es ist auch egal, ob Männern oder Weiblern, aber eben also im Bereich der Jugendlichen sieht man schon die Entwicklung. Weil die Lehrlinge, wenn man sie normal aufnimmt, viel zu jung sind. Also es weiß noch keiner so richtig mit 15 Jahren, eben ist er divers oder ist er männlich oder weiblich oder sonst etwas beziehungsweise werden diese Jugendlichen oft fast zu Tode geschützt. Also sie dürfen zu den Maschinen nicht. Als Unternehmer bist du voll verantwortlich, sehr schwierig und zugleich haben sie auch noch keine Bewegungsmöglichkeiten. Was im Teortal auch ein Problem ist, ein Führerschein ist einfach erforderlich, weil öffentliche Verkehrsmittel gibt es wenige. Und dadurch ist es immer besser, wenn ein Lehrling bei uns zuerst eine dreijährige Fachschule macht beziehungsweise Matura und anschließend lernt. Und wir haben wirklich einen großen Mix zwischen Maturanten, die die Lehre machen, die Lehre mit Matura machen beziehungsweise Amtmatura mitmachen und anschließend zum Beispiel auch studieren gehen. Die Lehre hat ja eigentlich immer irgendwie einen relativ schlechten Ruf hier in Österreich gehabt die letzten Jahre. Mittlerweile ist es so, dass viele umdenken. Du hast gesagt, viele Maturanten, die Lehre mit Matura gemacht haben. Aber was denkst du, woher das kommt, dass auf einmal die Lehre wieder attraktiv ist für die Leute? Oder attraktiver als früher? Man sieht das als Beispielen, wenn wir sehr, sehr viele Akademiker haben, die relativ arbeitslos sind oder beziehungsweise in unterbezahlten Berufen dann einsteigen müssen, ist das ein großer Unterschied. In der Nachkriegszeit hat man müssen arbeiten und schauen, dass man weiterkommt. Und dann hat es geheißen, bitteschön, geht studieren, weil es soll euch besser gehen wie uns. Es ist mittlerweile wirklich aufgrund dieser Work-Life-Balance nicht mehr so, sondern eben, man soll das machen, was man gern tut. Egal, ob ich jetzt etwas am Abend ansehen kann, was ich angreifen kann oder ob das in Ziffern oder in Worten geformt ist. Egal, jeder hat eine andere Beziehung dazu. Du hast gerade schon kurz angesprochen, vieles oder vielleicht sogar alles hängt von der richtigen Einstellung zum Beruf ab und von der Lust, die ich darauf habe. Wie schaffst du es, deinen Lehrlingen dieses Feuer für den Lehrberuf zu entfachen? Wenn es in die Kreativität geht, ist es relativ einfach. Wenn es im rennlichen Handwerksberuf ist, ist es oft sehr schwierig. Das sind die Pflicht und die Kür quasi. Ja, die Pflicht und Kür und das ist auch ein großes Thema. Ob du jetzt mit einer Chefetasche beziehungsweise in einer Lehrlingsetasche gemeinsam zusammenkommst, ist das meistens kein Problem. Die Probleme entstehen auf Baustellen, Probleme entstehen mit anderen Firmen, Probleme entstehen mit Gesellen, die sagen, Lehrer sind keine Herrenjahre. Und das ist für mich ungefähr das Schlimmste. Und damit verhaut man sehr viele Jugendliche. Das ist dann der Grund auch, warum es früher wahrscheinlich nicht so attraktiv war, in die Lehre zu gehen, weil man dann erstmal Kaffee kochen oder Dreck wegschaufeln musste oder sowas. Nur diese Arbeiten, die keiner haben wollte. Ja, es gab auch immer aus den Schulen diesen Bereich, bitte du lernen, sonst musst du lernen. Und das ist wirklich grausam. Auch im Prinzip, mache einen Beruf, da schaust du, dass du eine gut bezahlte Einstellung bekommst und dann gehst du endlich in die Rente, damit du nichts mehr tun brauchst. Eine schreckliche Einstellung, die wir seit Jahrzehnten hinter uns haben, aber die sollte endlich aufhören, weil es wirklich so meine Meinung ist, von der Wiege bis zur Paare. Und da sollte das Lernen wirklich leichter gemacht werden, auch schon in berufstätigen Menschen, die sie weiterbilden können oder möchten, damit es machbar wird. Es ist sehr schwierig. Es ist finanziell ein Problem, es ist zeitlich ein Problem etc. Wir haben ja an beiden Enden das Problem. Wir haben sehr wenig Netto vom Brutto, weil sehr viel an Steuern und Sozialabgaben ist. Aber an der anderen Stelle ja auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Rente gehen will und dann in der Pension noch arbeiten möchte, das lohnt sich ja für mich auch nicht. Also müsste ich ja theoretisch in Rente gehen, damit ich nicht ein Minus mache. Unser jetziges System heißt einfach, du wirst bestraft, wenn du arbeitest. Man sollte da sehr vieles ändern. Und man sollte auch gerade im Rentenbereich die älteren Teilnehmer, so wie ich jetzt mittlerweile dazugehöre, die Erfahrung einwirken lassen, die Jugend mehr oder weniger ausbilden und auch das beizubringen und nicht sagen, mit einem Schnitt bist du weg, sondern ich bin da, solange ich laufen kann. Aber in beratender Funktion und ich habe ein Ziel, ich habe eine Zukunft, ich habe eine Aufgabe. Damit wird man automatisch älter und man bleibt länger gesund. Ja, wir haben hier sehr viele Anfragen von Unternehmen, die Mitarbeiter haben, die gerne weiterarbeiten möchten, aber wo es dann halt finanziell scheitert. Die arbeiten dann jetzt nicht mehr 40 Stunden, sondern halt meinetwegen als Berater oder halt 20 Stunden oder ähnliches. Die haben ja auch richtig Expertise, die haben ja richtig Erfahrung, die Jungs und die Frauen. Ich habe so das Gefühl, dass deine Schützlinge richtig gut bei dir aufkommen sind. Und wenn jetzt jemand bei dir die Lehre beginnt und dann auch über die Jahre hinweg praktiziert, was gibst du deinen fertig ausgebildeten Lehrlingen mit auf den Weg, außer eventuelle Perspektive auf einen Job? Prinzipiell, wer möchte, kann bleiben. Ja. Alle anderen empfehle ich, geht mal raus aus dem Tal, gebt die Schallklappen von den Augen weg und seht mal was anderes. Komplett was anderes. Weg vom Hotel Mama, sich selbst zu versorgen und auch wie es geht in andere Länder, um zu sehen, in welchem wohligen Land wir eigentlich leben. efter аккуmelWith www.fondermodule.com und auf www.fondermodule.com www.fondermodule.com Vielen Dank.